Das Leben und das traurige Ende von Hans Albers Hans Albers war einer der bekanntesten Schauspieler in Deutschland und einer der größten Filmstars seiner Zeit. Mit seinem Charisma und seiner Präsenz auf der Bühne eroberte er schnell das Publikum und wurde zu einem der gefeiertsten Schauspieler seiner Generation. Doch trotz seines großen Erfolgs litt Hans Albers unter persönlichen Problemen und kämpfte mit dem Druck des Ruhms, was schließlich zu seinem tragischen Niedergang führte. In dieser Geschichte werden wir das Leben und die Karriere von Hans Albers genauer betrachten und herausfinden, was dazu führte, dass er zu einem der tragischsten Figuren der deutschen Film- und Kulturszene wurde. Hans Albers wurde am 22. September 1891 in Hamburg als Sohn eines Seemanns geboren. Als Kind hatte er eine schwierige Beziehung zu seinem Vater, der oft auf See war und nur selten zu Hause war. Dies führte dazu, dass Hans Albers sich einsam fühlte und seine Mutter eine wichtige Bezugsperson für ihn wurde. Schon früh zeigte Hans Albers eine Leidenschaft für das Schauspiel und trat bereits in seiner Jugend in Theaterproduktionen auf. Er war ein begabter Schüler und begeisterte sich für Literatur und Kunst, was ihm später in seiner Karriere als Schauspieler zugutekommen sollte. Allerdings hatte Hans Albers auch mit persönlichen Problemen zu kämpfen. Er litt unter Depressionen und hatte Schwierigkeiten, sich in der Schule zu konzentrieren. Trotzdem gab er nicht auf und setzte sich das Ziel, Schauspieler zu werden, was ihn schließlich dazu brachte, sich in einer Schauspielschule in Hamburg zu bewerben. Obwohl er zunächst abgelehnt wurde, gab Hans Albers nicht auf und arbeitete hart an seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Schließlich wurde er an der Schule aufgenommen und begann seine Karriere als Schauspieler, die ihn schließlich zu einem der bekanntesten und gefeiertsten Filmstars Deutschlands machen sollte. Hans Albers Durchbruch im Filmgeschäft kam im Jahr 1929, als er in dem Film Die Nacht gehört uns von Regisseur Karl Fröhlich mitwirkte. Der Film war ein großer Erfolg und machte Albers über Nacht zum Star. Er war ein Meilenstein in der deutschen Filmgeschichte und legte den Grundstein für Albers Karriere als Schauspieler. Daraufhin spielte Hans Albers in zahlreichen weiteren Filmen, die ebenfalls sehr erfolgreich waren. Er etablierte sich als einer der gefragtesten Schauspieler Deutschlands und trat in Filmen wie Bomben auf Monte Carlo vom Jahre 1931, Der Greifer vom Jahre 1933 und Münchhausen vom Jahre 1943 auf. Seine Rollen als Draufgänger und Abenteurer machten ihn bei seinen Fans sehr beliebt. Aber auch seine ruhigen und nachdenklichen Darstellungen zeigten seine schauspielerische Vielseitigkeit. Hans Albers wurde zu einem Symbol für die deutsche Film- und Kulturszene und blieb auch lange nach seinem Tod in Erinnerung. Obwohl Hans Albers in den 30er Jahren zu einem der erfolgreichsten Schauspieler in Deutschland wurde, hatte er auch mit persönlichen Problemen und dem Druck des Ruhms zu kämpfen. Er war ein bekannter Frauenheld und hatte viele Beziehungen, aber keine hielt lange. Während des Zweiten Weltkriegs spielte Hans Albers in Propagandafilmen, was ihm von einigen Kritikern später vorgeworfen wurde. Nach dem Krieg hatte er Schwierigkeiten, in der deutschen Filmindustrie Fuß zu fassen und trat nur noch selten auf. Die Tragödie im Leben von Hans Albers bestand darin, dass er trotz seines großen Erfolgs und seiner Popularität nie wirklich glücklich war. Seine persönlichen Probleme und die Schwierigkeiten, mit dem Druck des Ruhms umzugehen, führten schließlich zu seinem Niedergang. Hans Albers war ein Mann, der von vielen bewundert wurde und in der Öffentlichkeit stand, aber privat oft allein war. Er kämpfte mit Alkoholproblemen, Depressionen und Angstzuständen und fühlte sich oft isoliert und unverstanden. Obwohl er als Schauspieler erfolgreich war und in zahlreichen Filmen auftrat, litt Hans Albers darunter, dass er oft auf Stereotype Rollen festgelegt war. Er sehnte sich danach, als Schauspieler ernst genommen zu werden und vielseitigere Rollen spielen zu können, was ihm aber nur selten gelang. Die Tragödie seines Lebens besteht darin, dass Hans Albers nie wirklich seine inneren Dämonen besiegen konnte. Sein Erfolg als Schauspieler und Filmstar konnte ihm nicht das erfüllen, was er sich im Leben wünschte. Trotzdem bleibt er eine legendäre Figur in der deutschen Film- und Kulturszene und hat die Herzen vieler Menschen erobert. Der Tod von Hans Albers war ein großer Schock für seine Fans und Kollegen in der Filmindustrie. Er starb am 24. Juli 1960 im Alter von 68 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts in seinem Haus in Starnberg. Obwohl Hans Albers Gesundheitszustand in den Jahren vor seinem Tod immer schlechter geworden war, kam sein Tod unerwartet. Sein plötzlicher Tod war ein großer Verlust für die deutsche Film- und Kulturszene und viele Menschen trauerten um ihn. Hans Albers Vermächtnis blieb jedoch weiter und seine Beiträge zur deutschen Kultur- und Filmgeschichte werden immer in Erinnerung bleiben. Seine Filme und sein schauspielerisches Talent haben eine Generation von Schauspielern inspiriert und werden auch in Zukunft noch viele Menschen begeistern. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre Meinung zu hören. Was denken Sie über die Tragödien, die er ertragen muss? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren mit und lassen Sie uns wieder reden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie doch bitte gern wieder ein Like da und teilen das Video. Auf Wiedersehen und bis in den nächsten Videos. Danke fürs Zusehen. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank.